Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen, zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir, die die Kraft der Mitte vertreten und der Vernunft. Was haben wir noch zu tun? Was ist unser Auftrag als Volkspartei? Und die Kraft der Mitte, Haltung zeigen, Probleme lösen und nicht davon leben, ist kein Parteislogan, das ist Identität. Aber die Wichtigkeit liegt darin, die Menschen davon noch mehr zu überzeugen. Das muss unser Anspruch sein. Ich kann euch nicht die Enttäuschung nehmen, aber das, was ich euch geben will, ist die Zuversicht, dass es richtig ist, für seine Werte einzustehen, zu kämpfen, zu überzeugen. Jetzt geht es darum, dass wir weiter genau zu dem stehen, was wir vor der Wahl versprochen haben, gilt auch nach der Wahl. Das ist Haltung. Unser Bundeskanzler, unser Bundesverteidigungsmann, Karl Lehammer. Lieber Karl, wir stehen hinter mir, wir stehen vor dir, wir stehen neben dir. Unser Bundeskanzler, Karl Lehammer. Und wenn uns jemand gesagt hätte, am Wahlabend hat die Volkspartei, so wie es jetzt prognostiziert wird, 26 Prozent plus an die 27, ich hätte es gleich genommen. Ich hätte auch glaubt, das ist die Nummer eins. Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler. Nicholas Bundeskanzler. Ich glaube, das ist ein guter Ding. Herr Bundeskanzler. Wir gehen.